Ja, hier wird eine junge Frau zum Mitreisen gesucht. Muss sie auch hübsch sein? Nö. Also hier haben wir die Frau vom Flohmarkt. Natürlich wieder nicht ganz so echt, wie man sie haben möchte. Also ist nichts mit Kuchenessen und Kaffee trinken. Obwohl hier so ein schönes Servier ist. Ist aber für Tee, glaube ich. Ja, die Frau vom Flohmarkt könnte auch diese schönen roten Schuhe anhaben. Größe 39. Also die Frau, die ich suche, müsste Schuhgröße 39 haben. Und die ist leider nur aus Messing oder Bronze, wissen wir nicht ganz genau. Messing. Einmal von hinten, wie sie es gehört. Filmst du jetzt mich oder die Frau? Beides. Beides. Dann bin ich ja beruhigt. Die Frau vom Flohmarkt. April 2024 hier bei Kaufland. Wir haben ja schon diesen Globus. Da haben wir gerätselt, wo Deutschland ist. Wo ist hier Deutschland? Deutschland? Also mir wurde gesagt, Deutschland ist in der Nähe von Bayern. Also Bayern ist auch drauf. Ja, toller Globus, ne? Ja, dann haben wir hier eine wunderschöne Frau. Für die Leute, die sich keine echte Frau leisten können, wie ich. Aus Bronze. Messing. Jetzt kostet nochmal Arbeit im Laden. Echtes Gold. 585er Gold. Also die Schuhe, man denkt, das sind ganz normale rote Schuhe. Ich suche ja immer noch die Frau vom Flohmarkt. Das sind normale Schuhe. Nein, in den Schuhen sind Batterien drin. Und die leuchten nachts. Falls die Frau irgendwo verschwindet, ne? Dann braucht man nur auf die Schuhe zu gucken und dann findet man die Frau wieder. Ne? Das sind doch wohl Schuhe. Mit Beleuchtung. Wer hier auf dem Flohmarkt diesen Fluch da, diese Lampe kauft, kriegt nicht umsonst dazu. Und zwar braucht man ja auch einen Mann, der den Stecker reinsteckt, ne? Am besten von der Elektriker. Ich habe gerade gesagt, wer diese Lampe kauft, kriegt mich dazu. Ne? Ich muss ja den Stecker reinstecken, das Licht anmachen, ne? Und gute Nachtgeschichten erzählen. Da gab es irgendein Märchen, ne? Warum habe ich so große Augen? Warum habe ich so ein großes Maul? Welches Märchen waren das? Rotkäppchen? Rotkäppchen. Ne? Warum hast du so große Augen? Böse Wolf, ja. Der böse Wolf, genau. Also ich könnte Märchenerzähler werden, ne? Ja. Ja. Was soll die kosten? 180. Noch 4 Euro? So B, um was zu machen, ne? Und es wäre mal eine Frage gewesen, ob wir wenigstens noch kommen sind. Und deswegen... Bessig ist das. Aber in dieser Farbe? Aber es war damals so leckig. Von dahinten. Von dahinten. Von dahinten.